Notaufnahme im Klinikum in Haar bei München. Psychiatrie. Ich bin selber ein Arzt, aber keiner glaubt mir. Ich bin selber ein Ingenieur, ich schwöre es euch an. Ich bin mit meiner Tasche mit meiner Mutter angekommen und freiwillig, absolut freiwillig. Und es hat sich ergeben, dass ich vor vier Wochen, war ich das letzte Mal hier in Haar gewesen, und ich reime mir die eigenen Geschichten zusammen und die sind so, dass ich sage, ich habe ein Gotterlebnis gehabt und ihr interessiert euch dafür, aber ihr wollt nichts dafür hergeben, dass ihr zum Beispiel sagt, vielleicht ist ja doch irgendwas dran. Wir sind nicht so uninteressant. Ob freiwillig oder in Handschellen von der Polizei eingeliefert, hierher kommen immer mehr Menschen mit Krankheiten, die den meisten von uns fremd sind und Angst machen. Depression, Psychose, Schizophrenie, Borderline und vieles mehr, was wir alle uns nur schwer vorstellen können. Psychiatrie. Normalerweise eine verschlossene Welt. Wir durften einige der Patienten auf ihrem Weg begleiten. Nicht selten ein Weg, der immer wieder in die Notaufnahme führt. Hallo, Grüß Gott. Ich bin die Schwester Leni. Hallo, wir kennen uns schon, gell? Grüß Gott, nehmen Sie Platz. Sie kommen zur Aufnahme. Frau Dr. Christoph hat schon angerufen, dass Sie kommen werden. Ich habe jetzt leider keinen zweiten Stuhl. Ich kann stehen bleiben. Ich bin fett genug. Sie sind fett genug. Ich habe jetzt schon mal die ganzen Daten hier geholt und frage Sie dann noch, was ich noch wissen will, gell? Jetzt muss man noch den Rechtsgrund klären. Ich würde sagen, dass Sie freiwillig unterschreiben. So, ich schreibe den Autum rein. Und das ist hier der Text. Mit meiner Aufnahme behandeln im Klinikum München-Ost kläre ich mich freiwillig einverstanden. Ja. So. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin abgeholt worden von der Dr. Christoph. Danke. Dann kurz in den Schwester. Geben Sie bitte Platz. Und Sie sind eh mal Platz. Dr. Kant in der Aufnahme. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Vielleicht auch hier Platz. Sie waren in der Behandlung hier, sind entlassen worden und waren dann wieder zu Hause? Ja. Ja. Ja? Und warum kommen Sie jetzt wieder? Ja, Elektrik. Gange in die Wohnung. Gange in die Wohnung, Elektrik. Sie hat in der ganzen Wohnung? Ja, in der ganzen Wohnung. Die Elektrik gespürt. Das spürt Sie am Körper, die Elektrik. Innen. Innen, im Körper. Innen. Wie ein Strom. Ja, im Strom, ja. Aber das war schon mal jetzt ganz weg? Ja, zu Hause, manche mal weg, manche mal nicht. Ah ja, aber jetzt ist es wieder schlimmer geworden. Ja, aber ich gehöre von der Maschine. Die Geräusche. Ja, die Geräusche. Seit wann ist das wieder gekommen? Gestern Abend. Hat es angefangen? Ja. Und das ist jetzt für heute und den ganzen Tag? Heute gehöre von der Maschine und die Leute. Wie ist es jetzt im Moment? Mit den Geräuschen und den Stimmen, wie ist es im Moment? Ja, ich hier noch nicht. Hier nicht? Ja, hier nicht. Aber ich habe gesessen, weil Leute kommen. Aber hier sind Sie sicher und wir passen auf Sie auf und helfen Ihnen. Wir kennen diesen Zustand oder diese Symptome ganz gut. Das kann man ganz gut behandeln, dass das wieder leichter wird und weg geht. Ja? Die Behandlung müssen Sie nur mit Ihrem Arzt besprechen hier. Weil jetzt kommen dann die nächsten Patienten und da ist nicht so viel Zeit hier in dieser Situation. Aber ich denke, das war jetzt ganz gut, dass Sie hergekommen sind und dass Ihr Mann angerufen hat. Ja. Und da hängt mir wieder besser. Fühlen Sie sich jetzt schon besser? Ja. Nein, nur in der Wohnung auch noch. Nein, auch noch. So schlimm ist es nur in der Wohnung? Ja. Und hier geht es schon. Ja, schlimm für die Wohnung. Mhm. Ja. Frau Ni Yeng, Vietnamesin, verheiratet mit einem Deutschen, leidet an einer Psychose. So, ich komm wieder. Sie ist zum zweiten Mal hier und kennt sich bereits aus. Notaufnahme, dann direkt in eine der zehn geschlossenen Abteilungen. Zunächst kommt sie in den überfüllten Wachbereich. Können Sie sich in die auch hineinversetzen? Ja, in viele. Nicht in alles. Wenn jemand eine Psychose hat, das ist halt für uns nicht nachvollziehbar. Verrückt, das ist verrückt. Also, wenn jemand depressiv ist oder lustig ist, manisch, das kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Aber, wenn jemand verrückte Stimmen hört oder so wie vorhin, Stimmen und der Körper elektrisiert wird und so sein, das ist ja uns fremd. Das kann man, glaube ich, wenig sich vorstellen. Haben Sie unten schon was bekommen, Medikamente? Ja, schon. Nein, noch nicht. Sie hat nichts bekommen. Nichts. Aber sie hat das Seroquil immer eingenommen? Sie hat es immer eingenommen, ja. Viermal 100 Milligramm an Tablette. Viermal eine Tablette. Viermal eine Tablette. Okay. Gut. Sonst irgendwelche Probleme, außer diesem Klopfen und den Gefühlen? Also, mit dem Klopfen, das war nicht so schlimm, aber sie hat gesagt, ich habe schon wieder klopfen gehört. Und? Lassen Sie sich ruhig reden, ja? Entschuldigung. Wenn Sie es beschreiben wollen, dann sagen Sie es selber. Ja, um vier Uhr geht es und dann mit heute ganz da. Gut. Jetzt bleibt es erst mal da. Ja. Gewöhnen sich hier wieder ein, nehmen die Medikamente weiter. Ja. Das ist ein bisschen höherer Dosierung. Und am Wochenende kommt der Mann sicher noch. Und dann können Sie auch ein bisschen. Nein, nein. Ich bin jeden Tag da. Ja. Ist ja schon Wochenende fast. Ach, sorry. Dann kommt das Zimmer und dann. Ja. Sie kommen jetzt erst mal bei uns im Wachzimmer. Ja, ja. Da bleiben Sie erst mal ein, zwei Nächte, bis wieder was frei wird. Okay? Ja, genau. Und wenn was ist, dann können Sie auch gleich klopfen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist jetzt nur das zugestellte, das bleibt wie gesagt. Nächste Gelegenheit schauen Sie wieder hier aus, weil wir Sie ja schon gut kennen. Die Therapie für Frau Nieng, Medikamente in immer höherer Dosierung. Tabor Milligramm Tabletten, dreimal ein halbes Milligramm. Die verschiedenen Psychopharmaka schlagen bei jedem Patienten anders an. Das heißt ausprobieren, bis ein Medikament wirkt. Ein Grund, warum die Patienten immer wieder kommen. Und manche kommen gerne. Für sie ist die Psychiatrie eine Art Heimat geworden. Schnell lernt man die Spielregeln und Tricks, die eine Aufnahme garantieren. Herr Kall ist ein solcher Psychiatrieprofi und häufig Gast auf der Station. Er kennt die Leute hier, die Mitpatienten genauso wie das Personal. Vor drei Stunden entlassen, hat Herr Kall es gerade in das Café auf dem Klinikgelände geschafft. 1,45 Promille, nicht durchsucht, ist gekommen, weil er gesagt hat, er wüsste, dass es ab einer bestimmten Promille zahlt eine Aufnahmeverpflichtung gäbe. Und hat erzählt, dass er wieder Angstzustände hätte. Ich denke, du kennst ihn besser. Alles Gute, Herr Kall. Wiederschauen. Was machen wir denn jetzt? Nein. Haben Sie es nicht lange ausgehalten draußen? Seit wann sind Sie wieder hier? Wo hier? Hier im Haus. Weiß gar nicht. Seit sieben? Weiß nicht. Wann sind Sie gegangen? Vier. Drei Stunden. Waren Sie in der Pilgersheimer? Nein. Sondern? Kaffee. Kaffee Regenbogen. Ja. Gut. Ungefähr 800 Meter haben Sie es geschafft. Nicht weiter. Wahrscheinlich falsche Leute getroffen. Wollen Sie es rauchen? Ja. Ich kann verstehen, dass Sie jetzt amüsiert sind, aber ich finde es eigentlich nicht so lustig, dass Sie so schnell wieder hierher gekommen sind. Der Dr. Kraut fand es auch nicht gut, dass ich gegangen bin. Ja. Der Dr. Kraut fand es auch nicht gut, dass ich gegangen bin. Okay. Dann rauchen Sie jetzt mal die Kippe. Ich mache hier die Aufnahmen und dann bringe ich sie ins Zimmer. Dann lache da. Die Augenfarbe? Ich weiß nicht. Blau. Aber da will ich wieder die Musik mehr ins Zimmer nehmen. Wie bitte? Die Musik. Nee. Solange Sie blau sind, nehmen Sie nichts mit ins Zimmer. Boah, Sie dürfen es gestern auch. Ja, aber gestern war ich nicht im Dienst. Heute bin ich im Dienst und dann nehmen Sie nichts mit ins Zimmer. Bitte? Nee. Ich habe nicht nur einen. Haben Sie jetzt schon eine zum Rauchen bekommen? Nein. Ich habe doch gesagt, Sie könnten eine rauchen lassen. Das ist jetzt nicht so gut. Keine Einstecken. Keine Zigaretten. Ja. Wo haben Sie angebrochen? Eine Schachtel? Er hat ja gesagt, er hat gerne eine geraucht. Und ich habe gesagt, das kann er gerne machen. Ja. Ja. Für die, die immer wieder kommen, ein Ritual. Die letzte Zigarette vor der ersten Nacht, das Aufnahmeprozedere und der überfüllte Wachbereich. Herr Breu, ebenfalls oft hier, nimmt die Situation gelassen hin. Das ist hier leider, das ist heute Morgen. Aber morgen kriegen Sie einen besseren Platz. Ein geht raus und dann, Sie kriegen hier einen Platz. Nehmen Sie, setzen Sie sich hin. Ich habe gesagt, du darf ihn herauchen. Ja, der wollte zuerst Blut abnehmen. Na, zwei, drei, drei. Setzen Sie sich hin, ganz einfach und warten Sie kurz. Das dauert fünf Minuten und dann fertig. Wie geht es weiter nach der Notaufnahme? Herr Krohn, der Patient mit dem Gotterlebnis, den wir zu Beginn unserer Dreharbeiten getroffen haben, hat mittlerweile den nächsten Schritt geschafft und wohnt jetzt seit vier Wochen in einem der Häuser für Langzeitpatienten. So sieht das Zimmer aus. Das ist mein Bett. Da sind die Tabaks, der Kaffee, alles was man braucht auf Station. Schlecht. Ja, willst du nicht bekannten, es wird die Mama sein? Nein, eine Bekannte, die will ins Café mit mir. Ja? Ja? Na gut. Dann weiß ich Bescheid, ja. Also... Ja, also dann. Ciao. Was ist das? Kein Geld. Das ist eine von der WG, die wollte mit mir ins Café gehen, aber ich habe selber kein Geld jetzt. Jetzt habe ich 20 Euro pro Woche, jetzt habe ich den einen 5 Euro geborgt. Am Montag habe ich es krachen lassen, 7,50 ausgegeben. Und jetzt sieht es schlecht aus für mich. Jetzt habe ich noch 1,50, weil ich mir heute noch Hülsen gekauft habe für den Tabak. Das erste Mal war ich zwölf Wochen hier. Da hatte ich auch dieses Zimmer. Also es ist schon wie so eine kleine Heimat geworden. Jetzt bin ich auch schon wieder vier Wochen. Das ist schon so. Fühlt sich. Man weiß gar nicht mehr, wo man zu Hause ist. So geht es auch Herrn Kall. Er wartet in der geschlossenen Abteilung auf die Kostenzusage der Krankenkasse für eine Langzeittherapie. Wir haben uns ja kennengelernt bei der Aufnahme. Was ist denn seither passiert? Ich warte auf Kostenzusage. Für was? Für die Einrichtung, wo ich hin soll oder hinkomme. Und wo soll es sein? Oberpfalz. Und was da genau für eine Einrichtung? Eine Einrichtung halt. Für wie lange? Und was da genau für eine Einrichtung? Eine Einrichtung halt. Für wie lange? Weiß nicht. Es kann ewig gehen. Seine Lebensgeschichte, die Vielzahl psychischer Erkrankungen, machen eine Langzeittherapie notwendig. Die Eltern haben ihn mit 16 von zu Hause rausgeschmissen. Danach lebte er jahrelang vor allem auf der Straße. Borderline hatte er damals. Sich selbst verletzt. Aktuelle Diagnose, Sucht und Psychose. Wie ist das mit Ihren Eltern? Wir haben ihn auf die Straße geschickt mit 16. Im ersten Moment war es scheiße. Aber erst mittlerweile ist das okay. Das kommt schon unendlich klar. Wir sind ins Caritas gegangen als Erster. Wir haben weitergeholfen. Mit einem Zimmer, mit Essen, mit Kleider. Und dann haben Sie gewohnt, wo? Überall. In ganz Deutschland. In jeder Stadt gibt es Caritas. Seit elf Jahren bin ich halt unterwegs. Die meiste Zeit draußen. Neun Jahre davon draußen ungefähr. Warum? Weiß nicht, weil ich keinen Bock hatte auf diese Schlafstellen. Wieso? Weil da zu viel abgeht. Was geht da ab? Drogen, Alkohol, Schlägereien und so. Und ich will ja von der Aggressivität runterkommen. Von der Aggressivität runterkommen will er. Und er wünscht sich ein geschütztes und dennoch freies Leben. Ein normales Leben eigentlich. Das hat er bislang noch nicht gehabt. Da, wo ich hinkomme, kriegst du alles bezahlt. Essen, Schlafplatz, die Pflege, die Therapeuten. Aber ich kann auch Geld dazu verdienen, mit dem ich arbeiten gehe. 200 Euro. Und physische Arbeit? Ja, Elektrofrottgecycling oder so. Und Güte aus in deiner Bahn oder irgendwas? Mhm. Hab ich schon mal gemacht. Macht Spaß. Auch das Leben von Herrn Krohn war bisher wenig stabil. Lange hat er nach Orientierung gesucht und sie möglicherweise gerade durch seine psychische Erkrankung gefunden. Im Osten bin ich groß geworden und so. Und dann hab ich gedacht, die Rasse muss stimmen und so. Ging Ausländer. Dann war ich ja auch mehr, schon kleiner Nazi so. Also ich hab mich nicht toleriert und andere hab ich auch schlecht toleriert. Hab das irgendwie das Leben nicht toleriert. Und deswegen glaube ich, dass die psychische Krankheit nicht umsonst ist. Weil da lernt man besonders viel. Man muss einstecken lernen. Und, also, verstehen Sie jetzt, was ich meine? Also, man kann jetzt nicht Nazi sein, wenn man psychisch krank ist, weil man das selber, also, wollte ich mal sagen. Sie sagen, es ist eine gute Sache, psychisch krank zu sein? Ja, man lernt, also, na, wenn ich jetzt zum Beispiel kerngesund wäre und würde arbeiten und so, dann wäre ich vielleicht so ein Arschloch, was sagen würde, ich mag das nicht, wenn ein psychisch Kranker neben mir Bier trinkt. Also der soll arbeiten und so. Da würde ich ganz anders reden. Und dadurch, dass ich jetzt psychisch krank bin, bin ich eigentlich vernünftig. Muss man vielleicht psychisch krank werden, um zur Vernunft zu kommen? Einige Tage später treffen wir Frau Niyeng wieder. Wie geht's mit deinen Tabletten? Meine Tabletten ist gut bei mir. Wie oft musst du jetzt noch nehmen? Ein, zwei mal einen Tag. Also haben Sie eine weggelassen? Eine weggelassen. Das ist ja schon ein sehr gutes Zeichen. Du schaust ja viel besser aus heute. Ja, danke. Du hast ja eh besser. Ja, viel besser. Und morgen hole ich dich ab in der Früh und dann darfst du über das Wochenende mal nach Hause. Schön. Für unsere Dachterrasse habe ich Bäume gekauft gestern und die habe ich heute umgesetzt, dass wir unser zweites Wohnzimmer für den Sommer wieder richtig schick machen. Frau Niyeng ist jetzt medikamentös besser eingestellt. Die Nebenwirkungen sind dennoch sichtbar und spürbar. Hallo. Hallo. Vor allem das Gefühlsleben leidet unter den Medikamenten, das weiß auch Herr Krohn, seit kurzem in der Arbeitstherapie. Das Ergonil, da kriege ich 1500 Milligramm am Tag. Früher war ich euphorisch und dann war ich schwerst depressiv, das ist weg damit. Dann kriege ich das Floransol, das ist 50 Hosen. Das Serboquil, das nimmt diese wahren Gedanken und so. Und Drucksal zum Schlafen. Und Akiniton gegen die Nebenwirkungen. Könnte sein, dass ich noch was vergessen habe. Also von innen in die kurze Lasche. Und dann von außen immer im Wechsel. Und das nennt man dann Kuchen, was da rauskommt. Zwar die Neuroleptiker, die verändern nicht die Persönlichkeit. Aber wenn man so müde ist, verändert man sich schon, habe ich immer das Gefühl. Für die Arbeitstherapie finde ich es gut, wenn man da Geduld anbringt. Aber ansonsten so vom Fühlen in der Gruppe und so, bin ich eher so eine Außenseiter. Wenn andere so Witze machen und lachen, dann lache ich nicht mit, weil ich es nicht witzig finde und so. Das hat sich gerne. Wie stellen Sie sich jetzt vor, wie Ihr Leben weitergehen wird? Dass ich mal was dazu verliehe und eine Wohnung habe und wieder eine Freundin damit. Weil das habe ich ja jetzt gemerkt, dass das nicht so hinhaut. Also psychisch erkrankt, das würden Sie gerade noch so verstehen, das gibt es viele. Aber psychisch erkrankt und Alkoholiker und Raucher und noch Geld verspielen am Spielautomaten, das ist zu viel für die Frauen. Auch Herr Breu, den wir in der Notaufnahme kennengelernt haben, ist inzwischen in einem Haus für Langzeitpatienten. Das ist eine kleine Narbe, da bin ich zwar ziemlich weit gekommen, aber ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, die Pulsader durchzutrennen. Die sind immer weggeflutscht. Und das war der zweite Versuch. Ungefähr acht Tage später, da habe ich nicht, also so barbarisch bin ich ja nicht, dass ich mich da aufschlitze, nein. Ich habe beim zweiten Versuch Unmengen Tabletten abgeschmissen und bin dann drei Tage und drei Nächte auf dem Arm so draufgelegen bewusstlos. Da war der Blutfluss abgeschnürt, dadurch, dass ich draufgelegen bin. Und ich bin halt ein Glücksgeeks irgendwie, weil ich wollte ganz schlau sein und habe noch irgendwie eine Reihe von Bieren, also erst die Tabletten abgeschmissen, habe dann ziemlich bald gemerkt, uh, und dann habe ich Papier hintergehebt und ich schätze die Papier haben einen Arsch gerettet, weil ich mehrmals mich erbrochen habe. Das hat man dann gesehen an der Matratze. Ich musste mich mehrmals übergeben, spucken einfach, im Koma schlafen dann, weil ich war drei Tage komplett weg. Nach dem dritten Tag, dritten Morgens war alles, komme ich dann nackst und zu mir und dann Hilfe trankst. Ich liebe alle Frau, dein Herz ist groß. Du trägst mir am Herzen, du trägst mir am Sinn, du trägst mir am Sinn, du trägst mir am Schmerzen. 22.04, das ist 88. Psychiatrie, Hilfe durch Tabletten oder Hilfe durch Zuwendung und Gespräch. Auch das gibt es im Klinikum in Haar. Ein alternatives Psychiatriekonzept, Soteria genannt. In einem der Häuser auf dem Gelände existiert dieses Modell seit 2004. Dort treffen wir Frau Simon, eine gutbürgerliche und gebildete Ehefrau und Mutter, im Gespräch mit ihrem Psychologen. Ich weiß jetzt nicht, was Sie für Punkte für das Gespräch haben. Also ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben gehabt. Das war wichtig. Achso, der gestrige Tag und dann das Wochenende, das kommende Wochenende. Was ich noch gerne heute besprechen wollte, ist, wie das mit der zweiten Psychose gelaufen ist. Okay. Da sind wir ja das letzte Mal stehen geblieben. Ja, wir hatten die erste Psychose, glaube ich, abgehakt. Ja. Also dann würde ich vorschlagen, dass Sie vielleicht mit Ihren Punkten beginnen. Das haben wir wahrscheinlich eh recht bald. Also das vom gestrigen Tag wäre vielleicht am sinnvollsten, weil da ging es mir schon wieder ein bisschen komisch, weil ich hatte den, das war der erste Tag, an dem ich jetzt mich den Pflichten hier in der Soteria komplett, wie soll ich sagen, ausgeliefert habe. Also ich habe mit dem Frühstücksdienst angefangen, habe dann mittags gekocht und bin dann mit zum großen Einkauf gegangen. Ja, und am Abend hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, jetzt geht es mir wieder genauso schlecht wie fast vor zwei Jahren, also gefühlsmäßig, dass ich da einfach nur schaffe, schaffe, schaffe. Also ich habe immer gedacht, ich kann das für mich selbst steuern, aber ich habe jetzt gemerkt, also es wäre hilfreich gewesen, nochmal von Ihrer Seite irgendwie darauf hingewiesen zu werden, dass der Montag irgendwie für mich vielleicht doch zu voll wird. Man merkt es Frau Simon auf den ersten Blick nicht an, dass sie schon mehrere Psychosen hinter sich hat. Aber der Schein trügt. Durch ihre Krankheit sind Ehe, Familie und das gesamte soziale Umfeld einer harten Bewährungsprobe unterzogen worden. Ich werde halt sehr agil, also ich fange an zu putzen, ich räume die Schränke auf oder, ja, der richtige Auslöser ist, glaube ich, dieser Schlafmangel. Also da kann man dann einfach irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr richtig umreißen. Und ganz, ganz früher war das immer so, dass ich so einen Verlust von Zeit und Raum hatte. Also ich habe einfach nicht mehr in die Zeit gepasst. Ich habe dann darauf gehört, ist jetzt die Turmuhr, schlägt die jetzt dreimal, viermal, fünfmal, passt die mit meiner Armbanduhr zusammen? Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt, weil ich ja durch die Medikamente ganz gut geschützt bin. Gut, dann können wir ja das mit dem Wochenende auch besprechen. Also das wäre mir arg recht, also das wäre mir ein großes Anliegen, weil ich auch in meiner Wohnung sein will. Und ich hatte ja in meiner Psychose diesmal den Wahn, die Kunsttherapie irgendwie in meiner Wohnung auszuleben. Und ich habe dann echt zur Musik von Grönemeyer da meine Wand bekrackelt. Und am nächsten Tag ist ja dann mein Sohn aufgestanden und hat es angeguckt und gesagt so, Mutter, bist du doof, das überpinsel ich. Also ich habe da wirklich ein sehr skurriles Gemälde an die Wand gebracht. Also eigentlich meine Emotionen, würde ich sagen. Und bevor meine Kinder eigentlich zurückkommen, wollte ich das eigentlich übermalen. Und ich wollte es aber nur so überpinseln, dass sozusagen der Bilderraum, wo normal unser Hochzeitsbild drin war, weil das hatte ich dann rausgenommen und zerrissen und weggeworfen, den Fleck wollte ich eigentlich lassen. Frau Simon wird nach monatelanger Therapie als geheilt entlassen. Herrn Breu dagegen geht es nicht so gut. Ich habe nicht erkannt, dass ich krank bin. Ich war der König. Ich war unterwegs als Wikinger verkleidet mit Schild und Speer und so. Als Wikinger verkleidet? Ja, das war so ein Germanenfilm, den ich da geschoben habe. Ich habe Lanze gebastelt und Schild und Helm mit Hörnern. In der Stadt irgendwo? Ja, in Regensburg. Das ist die Hauptstadt meiner Heimat. Da habe ich auch studiert an der Universität Regensburg. Und irgendwann kam halt dann mein älterer Bruder, meine damalige Freundin, wobei die sich total zurückgehalten hat. Wer war noch dabei? Meine Schwester? Ich glaube, das war es oder noch jemand. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir stehen vor der Tür in Begehrtung von drei Männern in grün und einer Frau in grün. Und irgendein Amtsarzt, was das war. Und irgendwie habe ich gespürt, jetzt mach das Richtige, du das, was die sagen. Und dann halt richterlicher Beschluss, Unterbringungsbeschluss. Nicht ganz so dick. Ja, wenn ich abgeholt bin, dann... Ganz langsam einfach. Weil wenn Sie jetzt die einkleben... Herr Bräu, bitteschön. Wenn Sie die einkleben, kommt das an der Seite alles raus. Das heißt, dass wir die Tür nicht aufbekommen. Ja? Also, lieber etwas weniger. Okay. Was gibt es sonst noch für Charakterien, wo Sie drin sind? Wo war ich heute? Die Motivationsgruppe. Da kann man rausfinden oder erzählen oder auch nicht. Muss man nicht. Ob man motiviert ist, wie motiviert ist. Oder man meint, ist man motiviert oder nicht. Und andere... Es werden so Argumente vorgebracht und jeder sagt was oder auch nicht. Irgendwie so läuft das halt dann. Irgendwo ist man dann halt. Macht irgendwas. Man macht irgendetwas, um zur Ruhe zu kommen. Das gelingt nicht immer. Herr Bräu hat sich ein paar Tage später selbst entlassen. Sie waren ja jetzt im Krankenhaus in Fürstenfeldbruck und sind dort untersucht worden. Was ist denn gemacht worden? Keine große Ahnung. Keine große Ahnung? Psychiatrie. In der Notaufnahme geht die Routine weiter. Und immer wieder Unterbrechungen. Alarm. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei bringt einen Randalierer. Einen, der um sich schlägt. Der unter Wahnvorstellungen leidet. Alltag in der Notaufnahme. Meine Frau ist seit einer Stunde tot. Das glaubt mir keiner. Und meine Tochter stirbt jeweils eine halbe Stunde. Jeweils, also eine Stunde. Um halb sechs wurde meine Frau getötet. Um halb sieben wird meine Tochter getötet. Um halb acht. Um halb fünf. Um halb sechs. Und man muss warten bis der Aufzug zu hieß, gell? Ja. Wie legen Sie jetzt ins Bett rüber? Ich tu nix. Sie machen mit? Einverstanden kurz. Aus dir alles. Ja, das erst bitte. Eins, zwei, drei. Was machst du ganz schön unten erst mit der Reste? Jetzt bin ich fertig. Ich wär mich auch nicht. Ist das dann fertig? Dann tun wir jetzt den einen Fuß da rüber. Ein bisschen auf die Seite drehen, so zu nähern. Okay, bleibst du nicht? Wir machen das ein bisschen später, wenn die alle weg sind. Ich wär mich. Gibt's noch einen zweiten? Gibt's auch noch einen? In der Regel hab ich wenig Angst. Muss ich sagen. Aber wenn wir die Tür vorne anschauen, vor ein paar Monaten war das, ein Patient ist auf mich losgegangen. Das kommt öfter mal vor. Aber da hab ich keinen Zugang mehr gehabt. Der war so psychotisch. Mit dem konnte man gar nicht reden. Ich bin dann rausgekommen, die Tür zugemacht. Der hat dagegen geschlagen. Und dann kommt der Hilfe hier im Krankenhaus. Ist mir ja nicht ganz alleine. Aber dafür kriegen wir ja auch eine Gefahrenzulage. 15,34 Euro brutto im Monat. Das ist vor kurzem, vor ein paar Wochen hab ich das gekriegt. Also wir haben festgestellt, dass ihnen die Gefahrenzulage zusteht. Früher war's halt ein bisschen mehr. Aber ich mein, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Ohne Humor und Liebe zu den Patienten ist diese anstrengende Arbeit nicht zu bewältigen. Das gilt auch für die Krankenschwestern, die im Umgang mit den Patienten viel Sensibilität mitbringen müssen. Im gleichen Moment brauchen sie aber auch Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Ein immens hohes Anforderungsprofil. Anerkennung gibt es dafür selten. Viele Patienten sind ja auch so gehemmt, dass sie nicht reden. Die können nicht reden. Und dann weiß man eben durch manche Gestiken, durch die Mimik, durch die Augen, weiß man einfach, was kann ich jetzt zu dem sagen. Wir wissen aber ganz genau, wann das brenzlig wird. Da wo man dann einfach handelt, da immer geht man auch den Aufnahmearzt und sagt, so und jetzt müssen wir rauf. Jetzt muss es schnell gehen. Das ist ja oft so, dass der so unter Druck steht und dann schreibt und fragt und schreibt und fragt und so und dann ist das ... Und nicht merkt, was da jetzt kommt. Das spürt er nicht mehr, weil da merkt man schon diese Unruhe im Patienten halt so, so gewisse Körperbewegungen und man schaut in die Augen und dann weiß man schon eigentlich, was los ist. Und da wo man dann sagt, jetzt ist jedes Ding zu viel. Zu viel. Wenige Minuten später. Ein Neuzugang auf Station. Der Patient kommt mit Aktenkoffer, darin diverse Körperpflegemittel. Da werden jetzt ein paar Sachen aussortiert, oder? Genau. Sachen, die in den Wachbereich nicht rein dürfen. Wie duscht das? Ja, wir sind da ein bisschen strenger auf Station, weil es ist einfach gefährlich, diese Sachen einfach im Zimmer freistehen zu lassen. Das heißt, was ist die Gefahr oder die Angst? Ähm, dass sie das irgendwie unbewusst auch zu sich nehmen schlucken und eventuell auch ein Gürtel, Strangulationsgefahr. Also das ist alles schon vorgekommen, oder wie? Genau. Also die Fälle gab es schon. Dass man Duschdass trinkt? Das kam auch schon des Öfteren vor. Die Nachtdienste sind besonders anstrengend. Nicht nur wegen der Selbstmordgefahr werden die Patientenzimmer in regelmäßigen Abständen überprüft. Das ist ja so, dass meistens so zwei, drei Patienten nachts zugehen und da muss man spüren, bedeutet das jetzt Gefahr oder kann ich das jetzt einigermaßen abschätzen und händeln? Und gerade am Anfang, da ist mir das öfters passiert, dass ich mich wirklich verschätzt habe, zum Beispiel eine Patientin, die unbedingt rauchen wollte. Und ich habe zu ihr gesagt, nein, sie müssen jetzt warten, bis ich muss den Verband machen. Und jedenfalls hat sie sich dann so heftig gewehrt und dann hat sie getreten und da hat sie mich dann im Bauch getreten. Und dann hatte ich mich umgedreht, weil das so weh getan hat und das hätte ich nicht machen dürfen, weil da hat sie mich dann am Hintern erwischt und da bin ich zwei Meter weit geflogen. Am nächsten Tag treffen wir Herrn Krohn wieder. Inzwischen lebt er in einer Wohngruppe außerhalb des Klinikums und ist stolz auf sich, weil er gerade einen Arbeitstherapieplatz in der Korbflechterei bekommen hat. Jetzt habe ich zwei Tage für den Korb gebracht, habe ich mir gekauft. Jetzt sagt man bloß. Erst mal sehen, erzähl doch mal. Das schaut ja kompliziert aus. Also des Kreuzes hat sie mir geholfen, bei denen waren die Anfänger, hat sie geholfen, da hat sie geholfen, aber den dann, geflechtet habe ich ja, gezeigt hat sie mir das. Und wie lange haben sie gebraucht? Zwei Tage, das ist schnell, in Agatha-Ried, wo ich war vor 2003, da habe ich für so einen Korb 14 Tage und bin ich fertig gebraucht. Ich habe erst gedacht, ich habe Probezeit so ewig. Jetzt habe ich das gemacht nach zwei Tagen und dann haben sie gesagt, also wenn ich will, kann ich übernommen werden. Das ist ja schon mal was. Also wir stellen uns das so vor, Sie wohnen da in der Wasserburger Straße in der Wohngemeinschaft und radeln dann täglich hierher? Ja, bei Wind und Wetter. Ich immer muss runterfahren. Nein, du, ich halte dich schon. Du brauchst keine Angst haben. Nein. Du brauchst wirklich keine Angst. Frau Niyeng hingegen ist wieder zu Hause und in einem erbärmlichen Zustand. Fälle wie sie gibt es viele. Die Medikamente wirken nicht, trotzdem wurde sie entlassen. Jetzt will ihr Mann sie wieder ins Klinikum bringen. Wir fahren jetzt danach gleich. Ich brauche nur, gib mir Gesundheit. Ich brauche, gib mir Gesundheit. Ich brauche nicht. Also Ihre Frau ist vollkommen am Ende, sie ist entlassen worden. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch mit den Ärzten gesprochen und ich habe gesagt, das geht nicht. Aber die haben sie nicht behalten. Zu Hause wird es besser. Alles in Ordnung. Aber ich kann nicht. Und ich habe da angerufen. Und wie war das? Ja. War also eine Schwester oder jemand am Telefon. Ich wollte mit den Ärzten sprechen und haben sie gesagt, die Ärzte haben jetzt Wichtigeres zu tun. Und ich war also richtig wütend. Der Ehemann von Frau Niyeng ist wütend auf die Mitarbeiter des Klinikums. Die Patienten selbst beschweren sich selten, wollen und können es nicht. Und Beschwerden von Angehörigen werden häufig als lästige Einmischung empfunden und entsprechend abgeschmettert. Auch ein Grund übrigens, warum sich Patienten und Angehörige mit unseren Filmaufnahmen einverstanden erklärt haben. Durch unsere Anwesenheit fühlen sie sich geschützt. Ich weiß mal, wie dort sie aufkommen. Ja. 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 Hallo. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Wir sind schon wieder da. Ja. Grüße, wie geht's Ihnen? Wir sind ja erst in Klassen gekommen. Ja. 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 Ja, Sie haben die richtige Sprachstörungen. Ja. Jetzt ist gerade hier im Moment Beleg gemacht, jetzt sind wir weiter. Kommen Sie mit. Insgesamt mehr Respekt in der Gesellschaft gegenüber psychisch erkrankten Menschen. Das wäre der Traum von Herrn Krohn. Jeder von uns sollte sich mehr in diese Menschen hineinversetzen können. Dass jeder mal Depressionen durchmacht, dass er mal nicht arbeiten kann, wie es ist, wenn die anderen dann sagen, ja, willst du immer noch nicht arbeiten? Und es ist ja das, was selbst mir schwerfällt, also mit einem, der überhaupt keine Ahnung hat, ihm klarzumachen, dass er nicht arbeiten kann, weil ich es ja selber nicht glauben würde, wenn es nicht so wäre. Die Verzweiflung ist groß und jeder muss damit allein zurechtkommen. Was gibt's Neues? Seit Nix. Haben Sie eigentlich eine Freundin? Ja, also zwei. Wieso gleich zwei? Ja, eine ist draußen und eine ist hier auf Station. Hier auf Station? Ja. Sind Sie verliebt? Nee, ist nur hier auf Station. Was macht Ihre wirkliche Freundin? Auch nix. Auch auf der Straße rumhängen. Ist auch rausgeschmissen worden von zu Hause, mit 15. Sie ist eine Bordelinerin. Ich hab's auch schon gemacht. Ausprobiert. Eine Rasierklinge. Oder Glasscherben oder Messer oder was ich was. Außer was Scherzes. Ich hab's auch schon hinter mir. Und warum macht man das? Ich weiß nicht. Da wollte ich mich vielleicht umbringen. Das war schon... Ich hab's ein paar Mal versucht. Sie umzubringen? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Ich weiß noch nie, wie in dem Moment. Sie leben nicht gerne, oder? Ja doch, jetzt mittlerweile schon. Früher nicht. Aber jetzt mittlerweile schon. Mittlerweile hat Herr Kall ein eigenes Zimmer in einer betreuten Wohngemeinschaft. Und eine feste Freundin. Frau Nieng kämpft weiter gegen ihre Krankheit. Unterbrochen von Phasen der Besserung dauert dieser Kampf bis heute an. Wie geht's Ihnen? Frau Nieng will gesund werden. Für andere scheint dieser Kampf bereits verloren. Ich schlaf so ein. Das ist aber eine gute Idee. Jetzt ist das aber angenehm. Es gibt doch noch gute Menschen. Ja. Ich bin ein Kind, bis es drauf wollte. Als Baby fast. Und in der Notaufnahme geht der ganz normale Wahnsinn bis tief in die Nacht weiter. Frau Hr, E.B. Hallo. 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 Wir können doch vernünftig reden. Was ist jetzt nicht gezogen? Was sagt Ihnen? Weil einer immer der Vernünftigeren sein muss. Hä? Und ich bin's, der Vernünftigeren. Weil ich gehe. Ja, dann hast du ja recht. Und ich habe gesagt, ich habe geschlagen meine Frau. Sie hat keine Kratze. Kratze. Sie hat keine Blaue. Sie hat, ich habe zwei Augenzeuge, ich habe gar nichts gemacht. Ich schneide meine Veine oder etwas. Gibt es keinen Grund, warum ich bin im Gefängnis. Ich gehe an den Marineplatz mit Papieren von Polizei, was die Leute hat gemacht mit mir. Und welchen Grund gibt es? Okay, jetzt gehen Sie mit jetzt erst einmal. Um halb neun sind es 24 Stunden. Aber was ist jetzt so für ein Punkt erreicht? Für eine Ruhepause wäre jetzt nicht schlecht. Aber das gehört halt auch dazu. Das sind alles Unwägbarkeiten. Ich muss mit allem rechnen. Also ich rechne mit allem. Was so schön ist bei den Patienten, die sind wie sie sind. Die sind halt authentisch. Die sind echt. Manchmal frage ich mich sowieso, wieso kommen die in die Klinik und die anderen sind draußen. Es gibt viele, die draußen eine Behandlung bräuchten unbedingt. Das frage ich mich auch oft. Warum sind die da draußen nicht in Haar und die nicht draußen? Weil wir nicht alle aufnehmen können. Früher immer gesagt habe, ich bin hier auf der Erde, um was zu lernen und war vielleicht ein Weiberheld oder ein König oben im Himmel. Zu viel Unheil oder ich war da zu frech. Ich würde sagen zu frech, die Berliner Schnauzen, das hat denen dann nicht gefallen. Die Götter, dann haben sie mich auf die Erde geschickt. Dann habe ich immer gesagt, so rumgesponnen, das ist so ein Komposthaufen, die Erde. Da wird alles, was der Himmel nicht braucht, hingeschmissen und dann wird gewartet, bis was Schönes draus wächst. Und ich muss hier durch, ich muss hier was lernen, ich muss hier gesund werden. Wenn ich mich jetzt umbringen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch in der Klapse im Himmel sein und das will ich nicht. Also im Himmel möchte ich schon gesund sein und rumtäumen. Ja. Notaufnahme im Klinikum in Haar bei München. Psychiatrie. Ich bin selber ein Arzt. Aber keiner glaubt mich. Ich bin selber ein Ingenieur. Ich schwöre es euch an. Ich bin mit meiner Tasche mit meiner Mutter angekommen und freiwillig, absolut freiwillig. Und es hat sich ergeben, dass ich vor vier Wochen, war ich das letzte Mal hier in Haar gewesen und ich reime mir die eigenen Geschichten zusammen. Und die sind so, dass ich sage, ich habe ein Gotterlebnis gehabt und ihr interessiert euch dafür, aber ihr wollt nichts dafür hergeben, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, vielleicht ist ja doch irgendwas dran. Wir sind nicht so uninteressant. Ob freiwillig oder in Handschellen von der Polizei eingeliefert. Hierher kommen immer mehr Menschen mit Krankheiten, die den meisten von uns fremd sind und Angst machen. Depression, Psychose, Schizophrenie, Borderline und vieles mehr, was wir alle uns nur schwer vorstellen können. Psychiatrie. Normalerweise eine verschlossene Welt. Wir durften einige der Patienten auf ihrem Weg begleiten. Nicht selten ein Weg, der immer wieder in die Notaufnahme führt. Hallo, Grüß Gott. Ich bin die Schwester Leni. Hallo, wir kennen uns schon, gell? Grüß Gott, nehmen Sie Platz. Sie kommen zur Aufnahme. Die Frau Dr. Christoph hat schon angerufen, dass Sie kommen werden. Ich habe jetzt leider keinen zweiten Stuhl. Ich kann stehen bleiben. Fett genug. Wir sind fünf genug. Ich habe jetzt schon mal die ganzen Daten hier geholt und frage Sie dann noch, was ich jetzt wissen will, gell? Jetzt müssen wir noch den Rechtsgrund klären. Ich würde sagen, dass Sie freiwillig unterschreiben. So, ich schreibe das Autum rein. Und das ist hier der Text. Mit meiner Aufnahme behandeln im Klinikum München-Ost kläre ich mich freiwillig einverstanden. Ja. Und warum kommen Sie jetzt wieder? Ja, Elektrik, Gang, die Wohnung, Gang, die Wohnung, Elektrik. Sie hat in der ganzen Wohnung. Ja, in der ganzen Wohnung. Die Elektrik gespürt. Gespürt. Dann ist er auf dem Körper. Ja. Die Elektrik. Innen. Innen, im Körper. Innen. Wie ein Strom. Ja, in der Strom. Aber das war schon mal jetzt ganz weg. Ja, zu Hause, manche mal weg, manche mal nicht kommen. Aber jetzt ist es wieder schlimmer geworden. Ja, aber ich gehöre von der Maschine. Die Geräusche. Ja, geht. Ja. Seit wann ist das wieder gekommen? Gestern Abend. Hat es angefangen? Ja. Und das ist jetzt heute und den ganzen Tag? Ja. Ich konnte, ich gehöre von der Maschine und die Leute. Wie ist es jetzt im Moment? Mit den Geräuschen und den Stimmen, wie ist es im Moment? Ja, ich hier noch nicht. Hier nicht? Ja, hier nicht. Aber ich habe gesessen, weil Leute kommen. Aber hier sind Sie sicher und wir passen auf Sie auf und helfen Ihnen. Ich bin sicher. Wir kennen diesen Zustand oder diese Symptome ganz gut. Das kann man ganz gut behandeln, dass das wieder leichter wird und weg geht. Die Behandlung müssen Sie nur mit Ihrem Arzt besprechen hier. Ja. Weil jetzt kommen dann die nächsten Patienten und da ist nicht so viel Zeit hier in dieser Situation. Aber ich denke, das war jetzt ganz gut, dass Sie hergekommen sind und dass Ihr Mann angerufen hat. Und der Aachen hält mir wieder besser. Fühlen Sie sich jetzt schon besser? Ja. Nur in der Wohnung auch noch. So schlimm ist es nur in der Wohnung? Ja. Und hier geht es schon. Ja, schlimm für die Wohnung. Ja. Frau Nying, Vietnamesin, verheiratet mit einem Deutschen. Leidet an einer Psychose. Sie ist zum zweiten Mal hier und kennt sich bereits aus. Notaufnahme, dann direkt in eine der zehn geschlossenen Abteilungen. Zunächst kommt sie in den überfüllten Wachbereich. Können Sie sich in die auch hineinversetzen? Ja, in viele. Nicht in alles. Wenn jemand eine Psychose hat, das ist halt für uns nicht nachvollziehbar. Verrückt, das ist verrückt. Also, wenn jemand depressiv ist oder lustig ist, manisch, das kann man sich... Auch das Leben von Herrn Krohn war bisher wenig stabil. Lange hat er nach Orientierung gesucht und sie möglicherweise gerade durch seine psychische Erkrankung gefunden. Im Osten bin ich groß geworden und so. Und dann habe ich gedacht, die Rasse muss stimmen und so gegen Ausländer. Dann war ich ja auch mehr, naja, schon kleiner Nazi so. Also, ich habe mich nicht toleriert und andere habe ich auch schlecht toleriert. Ich habe das irgendwie das Leben nicht toleriert und deswegen glaube ich, dass die psychische Krankheit nicht umsonst ist, weil da lernt man besonders viel. Man muss einstecken lernen und... Also, verstehen Sie jetzt, was ich meine? Also, man kann jetzt nicht Nazi sein, wenn man psychisch krank ist, weil man das selber... Also, wollte ich mal sagen. Sie sagen, es ist eine gute Sache, psychisch krank zu sein? Ja, man lernt, also... Na, wenn ich jetzt zum Beispiel kerngesund wäre und würde arbeiten und so, dann wäre ich vielleicht so ein Arschloch, was sagen würde, ich mag das nicht, wenn ein psychisch Kranker neben mir Bier trinkt, also der soll arbeiten und so. Da würde ich ganz anders reden und dadurch, dass ich jetzt psychisch krank bin, bin ich eigentlich vernünftig. Muss man vielleicht psychisch krank werden, um zur Vernunft zu kommen? Einige Tage später treffen wir Frau Niyeng wieder. Wie geht's mit deinen Tabletten? Meine Tabletten, das ist gut bei mir. Wie oft musst du jetzt noch nehmen? Ein, zwei, nur ein, drei. Also haben sie eine weggelassen? Eine weggelassen. Das ist ja schon ein sehr gutes Zeichen. Du schaust ja viel besser aus heute. Ja, danke. Du hast ja eh besser. Ja, viel besser. Und morgen hole ich dich ab in der Früh und dann darfst du über das Wochenende mal nach Hause. Schön. Durchhalb für unsere Dachterrasse habe ich Bäume gekauft gestern und die habe ich heute umgesetzt, dass wir unser zweites Wohnzimmer für den Sommer wieder richtig schick machen. Frau Niyeng ist jetzt medikamentös besser eingestellt. Die Nebenwirkungen sind dennoch sichtbar und spürbar. Vor allem das Gefühlsleben leidet unter den Medikamenten, das weiß auch Herr Krohn, seit kurzem in der Arbeitstherapie. Das Ergonil, da kriege ich 1500 Milligramm am Tag. Früher war ich euphorisch und dann war ich schwerst depressiv, das ist weg damit. Dann kriege ich das Floransol, das ist von Psychosen, das Servoquil, das nimmt diese Warngedanken und so, und Drucksal zum Schlafen und Akiniton gegen die Nebenwirkungen. Könnte sein, dass ich noch was vergessen habe. Also von innen in die kurze Lasche, dann von außen immer im Wechsel. Und das nennt man dann Kuchenbass, was da rauskommt. Zwar die Neuroleptiker, die verändern nicht die Persönlichkeit, aber wenn man so müde ist, verändert man sich schon, habe ich immer das Gefühl. Für die Arbeitstherapie finde ich es gut, wenn man da Geduld anbringt. Aber ansonsten, so vom Fühlen in der Gruppe und so, bin ich eher so eine Außenseiter. Wenn andere so Witze machen und lachen, dann lache ich nicht mit, weil ich es nicht witzig finde und so, das hat sich gern. Wie stellen Sie sich jetzt vor, wie Ihr Leben weitergehen wird? Dass ich mal was dazu verdiene und eine Wohnung habe und wieder eine Freundin dann. Weil das habe ich ja jetzt gemerkt, dass das nicht so hinhaut. Also psychisch erkrankt, das würden Sie gerade noch so verstehen, das gibt es viele. Aber psychisch erkrankt und Alkoholiker und Rauch und noch Geld verspielen am Spielautomaten, und das ist zu viel für die Frauen. Auch Herr Breu, den wir in der Notaufnahme kennengelernt haben, ist inzwischen in einem Haus für Langzeitpatienten. Das ist eine kleine Narbe, da bin ich zwar ziemlich weit gekommen, aber ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, die Pulsader durchzutrennen, die sind immer weggeflutscht. Und das war der zweite Versuch. Ungefähr acht Tage später, da habe ich nicht, also so barbarisch bin ich ja nicht, dass ich mich da aufschlitze, nein. Ich habe beim zweiten Versuch Unmengen Tabletten abgeschmissen und bin dann drei Tage und drei Nächte auf dem Arm so draufgelegen, bewusstlos. Da war der Blutfluss abgeschnürt, dadurch, dass ich draufgelegen bin. Und ich bin auch ein Glücksgekiss irgendwie. Das kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Aber wenn jemand verrückte Stimmen hört oder so wie vorhin, Stimmen und da der Körper elektrisiert wird und so sein, das ist ja uns fremd. Das kann man, glaube ich, wenig sich vorstellen. Haben Sie unten schon was bekommen, Medikamente? Ja, schon. Nein, noch nicht. Sie hat nichts bekommen. Nicht. Aber sie hat es sehr hochwertig immer eingenommen. Sie hat es immer eingenommen, ja. Viermal 100 Milligramm an Tabletten. Viermal eine Tablette. Viermal eine Tablette, okay. Gut. Sonst irgendwelche Probleme? Außer diesem Klopfen und den Gefühlen. Also mit dem Klopfen, das war nicht so schlimm, aber sie hat gesagt, ich habe schon wieder klopfen gehört. Lassen Sie es überreden, ja? Wenn Sie es beschreiben wollen, dann sagen Sie es selber. Ja, um vier Uhr geht es und dann mit heute ganz da. Gut, jetzt bleibt es erstmal da. Gewöhnen sich hier wieder ein, nehmen die Medikamente weiter in ein bisschen höherer Dosierung. Und am Wochenende kommt der Mann sicher nochmal, dann können Sie auch ein bisschen. Ja, das ist ja schon Wochenende fast. Sie kommen jetzt erstmal bei uns im Wachzimmer. Da bleiben Sie erstmal ein, zwei Nächte, bis wieder was frei wird. Die Therapie für Frau Nieng, Medikamente in immer höherer Dosierung. Die verschiedenen Psychopharmaka schlagen bei jedem Patienten anders an. Das heißt ausprobieren, bis ein Medikament wirkt. Ein Grund, warum die Patienten immer wieder kommen. Und manche kommen gerne. Für sie ist die Psychiatrie eine Art Heimat geworden. Schnell lernt man die Spielregeln und Tricks, die eine Aufnahme garantieren. Herr Kall ist ein solcher Psychiatrie-Profi und häufig Gast auf der Station. Er kennt die Leute hier, die Mitpatienten genauso wie das Personal. Vor drei Stunden entlassen hat Herr Kall es gerade in das Café auf dem Klinikgelände geschafft. 1,45 Promille, nicht durchsucht, ist gekommen, weil er gesagt hat, er wüsste, dass es ab einer bestimmten Promillezahl eine Aufnahmeverpflichtung gäbe. Und hat erzählt, dass er wieder Angstzustände hätte. Ich denke, du kennst ihn besser. Alles Gute, Herr Kall. Danke. Wiederschauen. Was machen wir denn jetzt? Nein. Hm? Sie haben sich nicht lange ausgehalten draußen. Seit wann sind Sie wieder hier? Wo hier? Hier im Haus. Weiß gar nicht. Seit sieben? Weiß nicht. Wann sind Sie gegangen? Vier. Drei Stunden. Waren Sie in der Pilgersheimer? Nein. Sondern? Kaffee. Kaffee Regenbogen. Ja. Gut. Ungefähr 800 Meter haben Sie es geschafft. Nicht weiter. Wahrscheinlich falsche Leute. Wolltest du rauchen? Ja. Ich kann verstehen, dass Sie jetzt amüsiert sind, aber ich finde es eigentlich nicht so lustig, dass Sie so schnell wieder hierher gekommen sind. Der Dr. Kraut fand es auch nicht gut, dass ich gegangen bin. Okay, dann rauchen Sie jetzt mal die Kippe. Ich mache hier die Aufnahmen und dann bringe ich sie ins Zimmer. Ja? Da lacht er. Die Augenfarbe. Ich weiß nicht. Blau. Ich habe doch gesagt, Sie können das nicht so gut machen. Okay. Aber dann, wenn Sie die Musik mit ins Zimmer nehmen. Wie bitte? Die Musik. Nee. Solange Sie blau sind, nehmen Sie nichts mit ins Zimmer. Boah, Sie dürfen es gestern auch. Ja, aber gestern war ich nicht im Dienst. Heute bin ich im Dienst und dann nehmen Sie nichts mit ins Zimmer. Oh, bitte. Nee. Sicherlich nein. Haben Sie jetzt schon eine zum Rauchen bekommen? Nein, ich habe doch gesagt, Sie könnten eine rauchen. Keine Einsticken, keine Zigaretten. Wo haben Sie sich angebrochen? Eine Schacht. Er hat gesagt, er hat gerne eine geraucht. Das kann er gerne machen. Für die, die immer wieder kommen, ein Ritual. Die letzte Zigarette vor der ersten Nacht, das Aufnahmeprozedere und der überfüllte Wachbereich. Herr Breu, ebenfalls oft hier, nimmt die Situation gelassen hin. Das ist hier leider, das ist heute Morgen. Aber morgen kriegen Sie einen besseren Platz. Ein geht raus und dann kriegen Sie hier einen Platz. Nehmen Sie, setzen Sie sich hin. Ich habe gesagt, du darfst eine Rauchen. Der wollte zuerst Blut abnehmen. Setzen Sie sich hin, dann anfangen, warten Sie kurz. Das dauert fünf Minuten und dann fertig. Wie geht es weiter nach der Notaufnahme? Herr Krohn, der Patient mit dem Gotterlebnis, den wir zu Beginn unserer Dreharbeiten getroffen haben, hat mittlerweile den nächsten Schritt geschafft und wohnt jetzt seit vier Wochen in einem der Häuser für Langzeitpatienten. So sieht das Zimmer aus. Das ist mein Bett. Da sind die Tabak, der Kaffee, alles was man braucht auf Station. Ja, ich habe zu Hause. Schrecklich. Ja, will sie nicht bekannten, es wird die Mama sein. Nein, eine Bekannte, die will ins Café mit mir. Ja? Ja. Na gut. Dann weiß ich Bescheid, ja. also ja also da kein geld ist eine von der wg die wollte mit mir ins kaffee gehen aber ich habe selber kein geld jetzt jetzt habe ich 20 euro pro woche jetzt habe ich den 15 euro geborgt am montag habe ich es krachen lassen 57 ausgegeben und jetzt sieht schlecht aus für mich jetzt habe ich noch 150 weil ich mir heute noch hülsen gekauft hat für tabak das erste mal bei zwölf wochen hier da hatte ich auch dieses zimmer also es ist schon wieder wie so eine kleine heimat geworden jetzt bin ich auch schon wieder vier wochen das ist schon so fühlt sich man weiß gar nicht mehr wo man zu haben sie es so geht es auch herrn kall er wartet in der geschlossenen abteilung auf die kostenzusage der krankenkasse für eine langzeittherapie wir haben uns ja kennengelernt bei der aufnahme was ist denn seither passiert ich warte auf kassel zu sagen für was für die einrichtung wo stehen soll oder hinkommen und wo soll es sein oberpfalz und was da genau für eine einrichtung nein ist schon heute für wie lange und was da genau für eine einrichtung nein ist schon heute für wie lange ich weiß nicht es kann ewig gehen seine lebensgeschichte die vielzahl psychische erkrankungen machen eine langzeittherapie notwendig die eltern haben ihn mit 16 von zu hause rausgeschmissen danach lebte er jahrelang vor allem auf der straße borderline hatte er damals sich selbst verletzt aktuelle diagnose sucht und psychose und dann haben sie gewohnt wo überall in ganz deutschland in jeder stadt kurz karitas in elf jahren unterwegs die meiste zeit draußen neun jahre davon draußen ungefähr warum weiß nicht weil ich keinen bock hat auf diese schlafstellen wieso weil es zu viel abgeht was geht da drogen alkohol schlägereien und so und wer von der aggressivität runterkommen von der aggressivität runterkommen will er und er will wünscht sich ein geschütztes und dennoch freies leben ein normales leben eigentlich das hat er bislang noch nicht gehabt da wo ich hinkomme kriegst alles bezahlt essen schlafplatz die pflege auch die therapeuten aber ich kann auch geld dazu verdienen in dem ich arbeiten gehe 200 euro habe ich schlau sein und habe irgendwie eine reihe von bieren also erste tabletten abgeschmissen habe dann ziemlich bald merken und dann ein paar bier hintergegeben ich schätze die barbier haben wir den arsch gerettet weil ich mehrmals mich erbrochen habe das hat man dann gesehen an der matratze ich muss mich mehrmals übergeben spucken einfach im koma stadt weil ich war drei tage komplett weg nach dem dritten tage dritten morgens war es komme ich dann nachts und zu mir und dann hilfe durch zuwendung und gespräch auch das gibt es im klinikum in h ein alternatives psychiatrie konzept soteria genannt in einem der häuser auf dem gelände existiert dieses modell seit 2004 dort treffen wir frau simon eine gut bürgerliche und gebildete ehefrau und mutter im gespräch mit ihrem psychologen das jetzt nicht was sie für punkte für das gespräch haben also ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben gehabt das war wichtig ach so der gestrige tag und dann das wochenende das kommende wochenende was ich noch gern heute besprechen wollte ist wie das mit der zweiten psychose gelaufen ist da sind wir das letzte mal stehen geblieben ja wir hatten die erste psychose glaube ich abgehakt ja also dann würde ich vorschlagen dass sie vielleicht mit ihren punkten beginnen das haben wir haben wir wahrscheinlich eh recht bald also das vom gestrigen tag wäre vielleicht am sinnvollsten weil da ging es mir schon wieder ein bisschen komisch weil ich hatte den das war der erste tag an dem ich jetzt mich den pflichten hier in der soteria komplett wie soll ich sagen ausgeliefert habe also ich habe mit dem frühstücksdienst angefangen und habe dann mittags gekocht und bin dann mit zum großen einkauf gegangen hier hat am abend hatte ich irgendwie das gefühl jetzt geht es mir wieder genauso schlecht wie fast vor zwei jahren also gefühlsmäßig dass ich da einfach nur schaffe 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 also ich habe immer gedacht ich kann ist für mich selbst steuern aber ich habe jetzt gemerkt also es wäre hilfreich gewesen noch mal von ihrer seite irgendwie darauf hingewiesen zu werden dass der montag irgendwie für mich vielleicht doch zu voll wird man merkt es frau simon auf den ersten blick nicht an dass sie schon mehrere psychosen hinter sich hat aber der schein trügt durch ihre krankheit sind ehe familie und das gesamte soziale umfeld einer harten bewährungsprobe unterzogen worden ich werde halt sehr agil also ich fange an zu putzen ich räume die schränke auf oder ja der richtige auslöser ist glaube ich dieser schlafmangel also da kann man dann einfach irgendwann bestimmte dinge nicht mehr richtig umreißen und ganz ganz früher war das immer so dass ich so ein verlust von zeit und raum hatte also ich habe einfach nicht mehr in denen in die zeit gepasst ich habe dann darauf gehört ist jetzt die turmuhr schlägt die jetzt dreimal viermal fünfmal passt die mit meiner armbanduhr zusammen das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt weil ich ja durch die medikamente ganz gut geschützt bin gut dann können wir ja das mit dem mit dem wochenende auch besprechen ja das wäre mir ein großes anliegen weil ich auch in meiner wohnung sein will und ich hatte ja in meiner psychose diesmal den wahn die kunsttherapie irgendwie in meiner wohnung auszuleben und ich habe dann echt zum musik von grönemeyer da meine wand bekrackt und am nächsten tag ist ja mein sohn aufgestanden und hat es angeguckt und gesagt so mutter bist du doof das überpinsel ich also ich habe da wirklich ein sehr skurriles gemälde an die wand gebracht also eigentlich meine emotionen würde ich sagen und bevor meine kinder eigentlich zurückkommen wollte ich das eigentlich übermalen und ich wollte es aber nur so überpinseln dass sozusagen der bilderraum wo normal unser hochzeitsbild drin war weil das hatte ich dann rausgenommen und zerrissen und weggeworfen das wollte ich eigentlich den fleck wollte ich eigentlich lassen frau simon wird nach monatelanger therapie als geheilt entlassen herrn breu dagegen geht es nicht so gut ich habe nicht erkannt dass ich krank bin ich war der könig über unterwegs als wikinger verkleidet mit schild und speer und so und dann als wikinger verkleidet als germane was ja germanen finden ich da geschoben habe ja lanze gebastelt und schild und und helden mit hörnern und in der stadt irgendwo ja in regensburg das ist die abgestattet meiner heimat da habe ich auch studiert an der universität ringsburg und